ARD Text im Auftrag von Funk 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 Du siehst mich nicht. Du siehst mich ein... Einfach nicht. Jetzt fick ich dich. Ah, easy. Guck dir das an, wie das geht. Ja? Nächste Runde ist der Welpenschutz vorbei hier. Ach du Scheiße. Dann wollen wir uns eine Leistung sehen. Was? Betrug! So, mal gucken, wo haben wir da ungefähr hingeschossen? Was? Blitzschuss! Blitzschuss! Betrug! Jetzt nur ein Cheater. Ich weiß mich durch. Alter, dieser Panzer! Ich hab gerade eben aus der Fahrt so ein Revalores weggebombt, Alter. Einfach 1400 ins Gesicht hier, hast du, nimm das. So aus der Fahrt. Alter, ist das ein Donk-Panzer. Ich könnte mich... Da ist er! Da ist er! Da ist der Type 59 drin! Endlich hab ich ihn auch. Okay, der Type 59, wenn ich das so richtig lese, übelst inflationär. Ich hab gelesen, ehrlich gesagt, soll ich euch was sagen? Ich bin hinter ihm! Er will mich ran! Er will mich ran! Ich hab ihn! Oh, da kommt noch so einer. Oh, fuck noch einer. Aber den trägst du raus. Was? Wie schnell schießt er denn? Oh, das ist er teilt. Scheiß! Ich hab' Rack! Oh, ohne Scheiß. Wenn das nicht so viel Credits kostet, würde ich jetzt nur aus meinem Scheiß-Fahn. Einfach. Gegnerisch ist vor uns wird rausgeschaltet. Oh, geil! Das ist ja sein Förster. Guck mal, Mr. Torf. Oh, hinter uns. Batsch jetzt. Ach, nicht üblich, oder? Jetzt kommt er hier reingeholt. Ah, jetzt geh ich raus. Ach, es ist so ein Kotzen. Sag mal, wo kommt dieser G-Hat-Krieger hin? Ey, Sinek 007. Ich sag dir, der spielt James Bond-Simulator in World of Tanks. Das läuft aber eben bei ihm. Ich meine, er hat aber alles richtig. Lässt er dem gerade einen, oder was ist das? Was ist das für eine Nummer? Wer sind sie überhaupt? Ich bin der G-Hat. Die Heizung. Ah, die Heizung. Bayou, vielen Dank für deinen Sub. Bayou, Bayou, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Vielen Dank, dass du den Kanal unterstützt. Oh, ja, VK. Get rekt, Junge. Aber leider nur 346 Schaden. Ja, trotzdem. Werfen die Maschine an, würde ich sagen. Jetzt bitte mal einen Schuss ins S-Hack penetrieren. Bitte. World of Tanks, nur einmal. Danke. Danke, World of Tanks. Ach so. Habt ihr die Damage-Indikation? Na klar. Ist das Original, ne? Guck mal. Er hat keine Patriot-Version mehr abgekippt. Hat er sich die Spar-Version selber gebastelt. Oh Gott. Guck durch sie hin. Oh, ich feier das hier irgendwie, ne? Ja, komm du. Was ist das für ein? Wow. Wow. Ey, 54m. Was ist das für ein Sportsmann? Ganz ehrlich, und das machen Art, die Spieler, die drücken, drücken einfach Steuerung, gehen auf die Karte. Ja, für dich ist ja schon Steuerung und linke Maustaste. Ja. Und dann holen sie die Chips raus, essen die Chips und trinken dann nebenbei Bier oder Cola. Ja, ich hab auch schon gefragt, ob er mir vielleicht eine Tüte Chips mal öffnen könnte. Aber selbst dazu ist er zu faul. Ja, jetzt ist er weg. Ja, geht gleich wieder auf. Okay. Oder du kannst wahlweise auch eine Pizza essen. Ja, die ist schon im Ofen. Du bist so ein Bot, Alter. Du bist so schlecht, Mann. Wie kann man nur so schlecht sein? Das ist nicht gut. So, jetzt Yolo auf die Batschirte. Get rekt, Bruder. Get.